Was kann denn denn passieren? Du fällst halt ja runter, fand ich. Ja, was? Ich bin ja... das ist nackt. Ja, das passiert schon jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh, guck mal! Dein Arsch ist freil! Komm mal her! Mit der Kamera! Ah! Augenkrebs! Ich hab irgendwie Angst, dass der Baum so umkippt. Ja, die Angst hätte ich, glaub ich, auch. Oh Gott, ist das so hoch! Geh mal auf, mach das nicht da einfach so! Oh jetzt! Nein, nein! Lukas, du magst schon halbe Minute da rum! Ich hübs auf den Arsch, okay? Nein, hast du ihn? Ich mach das auch, okay? Machst du zerst. Machst du zerst, ich mach's nach. Du musst die erste Kamera zeigen. Weil dann denken die Zuschauer... Oh, ne, sprechen dann. Oh, jetzt kommt der Elf! Mach ich das! Mach ich selber, nein! Hey Lukas! Bei dir ist dann so, hey, ist der cool! Dann liegt der Elf da unten auf einmal! Schwach halt! 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 Dann mach ich, dann mach's, okay! Was? Denn du wichst am wenigsten von uns! Genau, du kannst warte! Ja! Kamera hier! An den Ast! Wie weit ist denn das? Nen weiß! Nen weiß! Stell dich einmal hinauf! Stell dich einmal hinauf! Stell dich einmal hinauf! Na? Und jetzt spring! Warte mal, ich muss die Taschen ausleeren! Nein, du spring! Doch! Ich muss meine Taschen ausleeren! Das ist... Weil da ist zum Beispiel wieder... Ne... Gibt's ne... Nein, der ist das! Das ist mir egal! Der mag Enten-Zunast! Ach du heilige! Juhu! Juhu! Muss ich da jetzt dort genau hängen? Ja! Für so 10-15 Sekunden oder so! Reicht's so ungefähr, wenn ich auch noch berühre? Nein! Hängen bleibt man! Hängen geblieben! Moment! 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 An dem Ast hier! Und... Der hat gerne... Zula-Sex! Finger im Arsch! Oh, Helge! Oh! Oh! Kille, Kille! Oh, da lacht er! Kille, Kille! Waaah! Da würden aber noch die Nippe... Oh! Oh! Okay, zupf! Traust dich? Traust dich? Yeeeey! Selbst wenn ich nicht den Asttreff! Ich hab das geschafft, bevor ich noch so groß war! Das ist mir egal! Ja, aber du warst... Selbst wenn ich nicht den Asttreff! Ihr springt auch? Ja! Du musst ihn versuchen zu treffen! Du musst ihn! Wenn wir es als Jury entscheiden, dass du es nicht versucht hast!